Die moderne Patientenversorgung ist ohne Digitalisierung gar nicht mehr denkbar. Eine Vielzahl an Informationen über den Patienten muss gesammelt, verarbeitet und auch mit aktuellem medizinischen und pflegerischen Wissen verknüpft werden. Ohne digitale Werkzeuge geht das nicht. In einem Krankenhaus zum Beispiel finden wir oft hunderte derartige IT-Werkzeuge und die müssen natürlich eng zusammenarbeiten. Sie bilden quasi in ihrer Gesamtheit das Informationssystem des Krankenhauses. Wir können uns also ein Krankenhaus-Informationssystem als das Gedächtnis- und das Nervensystem des Krankenhauses vorstellen. Die Zusammenarbeit der vielfältigen IT-Werkzeuge im Gesundheitswesen muss gut geplant und umgesetzt werden. Nur dann fließen die Daten und Informationen reibungslos und stehen dann auch für die klinische Entscheidungsfindung und die Forschung zur Verfügung. Der Aufbau und auch die Weiterentwicklung derartiger komplexer Informationssysteme ist aber eine herausfordernde Aufgabe. Und diese Aufgabe übernehmen daher Fachleute der medizinischen Informatik. Das heißt, medizinische Informatikerinnen und Informatiker bringen quasi die Informationen im Gesundheitswesen zum Fließen. Die Studierenden lernen zunächst einmal die Vielzahl an IT-Werkzeugen im Gesundheitswesen kennen und welche Prozesse diese unterstützen. Sie lernen auch, wie man Projekte durchführt, um derartige IT-Systeme auszuwählen und zielgerichtet einzuführen, sodass die Prozesse auch gut unterstützt werden. Sie lernen dann, die Komplexität moderner Informationssysteme zu beherrschen und lernen, wie man sie managt, modelliert und verbessert. Und natürlich lernen sie auch einiges über Technologien und Standards für die Interoperabilität, das heißt für das Zusammenarbeiten der vielen verschiedenen Werkzeuge. Die Studierenden sind damit sehr gut gerüstet für die spannenden beruflichen Tätigkeiten im IT-Management und in den IT-Projekten. Die Studierenden sind damit sehr gut inspired.